so hallo leute und herzlich willkommen bei einem weiteren let's play 4 so wie ich trauen ich bin auch da die KT 15 oder und ja ich habe war kurz vorgeben Prozent dahinten umgegangen hat er war ein Minerway Waypoint gemacht und hat ein bisschen Fleisch gesammelt Armin 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 und am Ende nicht ich nehme schon wieder viel zu lange auf oder nein doch nicht doch nicht vergesst dich immer manchmal dass ich aufnehmen hast du jetzt eigentlich die sitzlinge nein ich habe noch keine musste noch ein bisschen warten bis alle blätter abgefallen sind okay genau die höhe brauche ich perfekt ja ich glaube das glas reicht nicht oder doch das reicht gut dann kann ich mir glaube ich sogar noch glasfaserkabel machen nein kann ich nicht okay ich brauche noch drei den drei sand ich brauche von einem Zipfel das dunkle aus Holzverwurzung kann er ist doch nicht dunkel die ganze Welt irgendwo ein Satz und liegt aber nein das ob sie am Toten wo Prozent wo ich bin sie sind auch mein Name nein Soll ich Cordis durchgeben? Gleich, gleich, warte mal. So, jetzt tun wir hier noch final das Wasser rein. So, in der Reihenfolge, oben rechts in der Minimap. Okay, dann komme ich gleich. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Du hättest doch einfach Plus und Minus machen können. Nenn. Also das in der Reihenfolge X, Z, Y. Ich suche echt vergeblich nach den Robber-Trees. Die sind echt selten. Ich mache jetzt ein bisschen mehr einmal. Ja, Robber-Trees-Sat-Sling. Ja, Robber-Trees-Sat-Sling. Man muss jetzt nur noch ein Satz-Sling, aber Robber-Trees. Man muss jetzt nur noch ein Satz-Sling rauskommen. Okay, dann meintest du dich so. Also. Komm schon, Setz-Sling. Also. O, der Robber-Trees-Sat-Sat-Satz-Sat-Sat-Satz-Sat-Satz-Satz-Satz-Satz-Satz. Und ich habe jetzt keinen Satz-Satz-Satz-Satz-Satz-Satz-Satz-Satz-Satz-Satz-Satz. ich der ja könnte man Extractor tun und habe ich nicht ja zu müssen das sind Schneebaum er ist mir nicht lange ja schon wieder viel zu lang bis zum nächsten Mal schau und schon wieder kann ich nachgucken das ist Mio lol ihr habt die die er die Newt getestet ja ich bin da gerade mal ey ist echt schlimm warte kann man sich irgendwie selbst lange machen nope oh mein gott meine schwester spielt doch da fuhr m 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 den ekligen und somit ihren zu fressen Sonnenberg ein verfickte Rabattrief hier ist so ein baum gespielt als baumhaus nutzt weil jemand von euch geil ist so verkackt wenn der video datei gestellt wird wo er ich rufe gleich wieder zurück schmerzt das ding ab nicht so einfach mal hier mit warte Also hier war gerade ein Creeper. Und hier irgendwo ist ein Zombie. Und hier da vorne ist ein Spider. Gibt es so eine Schmiede? Dann verstecke ich mich hier im Haus. Okay, Bücherregal. Ja, dann war es glaube ich gleich auch mit der Folge. Ruf da eh wieder an. So. So. Schwung gleich zu Ende mit meiner Aufnahme. Okay. Warte. Stirb Skelett ey. Stirb. Tho sammeln war hier noch Copper. Also wie ich hier immer, wie ich hier die ganze Zeit ich so unzumlos, wo die Zombies die Dinger kommen. Ja. Sammeln. I. Jajaja. Ich würde auch sagen, das war's von der Aufnahme hier. Mach ich nochmal ein Screenshot. Und vergesst nichts. Wollt ihr cool sein, nehmt deinen Penis mal um uns. Bis zum nächsten Mal und tschüttel.